... Haben wir nicht alle Zutaten? Nee, fällt mir ein, ich empfehle noch das, äh, Essig. Essig? Boah, das wird auch wieder nervig. Doch wieso willst du bloß aus dem Brunnen hochziehen? Falls sich jemand noch an die Stelle erinnern kann. Äh... Dafür, meine ich, brauche ich Gar. Gar, ja, brauchst du. Ach ja... Also, gleich wieder umstellen. Wie immer! Ja, wie immer. Ja, ich brauche Urlaub. So, dann hole ich Gar noch mit rein. Auf zum Bergcafé. Genau. Zum Kaffee. Ach ja, hier waren wir ja früh öfter. Genau, immer mal wieder. Mal haben wir da nur was getrunken, mal haben wir nur mit Leuten geredet. Und Bralhaut. Und Bralhaut. Brä? Brä? Ein Brap hatte ich gestochen. Also, ich fand es Bränen. Eigentlich wohl nicht mein, dass ein Apfel. Aber Bräerwachse auch auf Bäumen. Sagt mal, ihr seht recht kräftig aus Könntet ihr mir einen Moment helfen? Bloß aus dem Boden hier etwas Wasser holen Okay, ich sage euch, wie das funktioniert Hört ihr also gut zu, ja Ihr lasst das Teil hinab, indem ihr die Taste 3 gedrückt Wenn der Arm am Ende des Sais aus Wasser trifft, hört ihr ein Platschgeräusch Dann müsst ihr sofort das Teil festhalten Und merkt euch Auf jeden Fall, wie oft ihr die Taste gedrückt habt, ja Nutzt dann die Richtungstaste Um den Eimer hin und her Zu bewegen und ihn ins Wasser zu tauchen Bewegt ihn, bis ihr hört, dass der Eimer sich füllt Wenn der Eimer gefüllt ist, zieht Ihr ihn mit der X-Taste hoch Müsst die X-Taste Genauso aufdrücken, wie die Taste 3 gedrückt wurde So, so, Chef, wie wir Wasser, klar Drückt ihr die Taste jetzt langsam oder Achtet nicht genau auf die Geräusche Und maßelt ihr es Passt also auf Verstanden? Soll ich jetzt nochmal erklären? Nein Ich würde es nur so vergeigen Okay, also dann Achtung, fertig, los Acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Ich hätte vorher gesagt, sieben, ne Ich hätte vorher gesagt, sieben, ne Ich bin stark Oh, verdammt Ich zeig's nicht mehr als Vergeigen Ihr habt euch nicht ganz kapiert, hä Lasst mich wissen, wenn ihr es erneut versuchen wollt Du hattest vorher Acht gesagt Ich habe auch achtmal gedrückt Eins Viel Glück Ich muss euch nicht erklären, wie es geht, oder? Nein Okay, also dann Achtung, fertig, los Eins Zwei Drei Was Willst ihr mich jetzt nutzen, oder was? Warte, jetzt mal gerade auf den Sack Das hat doch nicht mal Platsch gemacht, ey Und dann Puff Weg Eins, zwei, drei, vier Alter Ich habe viermal gedrückt, und dann hieß es schon Puff, falsch, bäh Jetzt bin ich verarscht, du Wichser Fick dich ins Klinik und geh verrecken Danke Meine Fresse, ey, du Wichser Boah, diese scheiß Brunnen-Geschichte Oh Mann Scheint doch nicht ganz so einfach zu sein Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Eins, zwei, drei, vier, fünf Ey, ich war erst mal fünf Fick dich ins Knie, Alter Meine Fresse Ich glaube, du musst es langsamer machen Weil er sich ja immer einmal vor und zurück bewegt Ah, ey Nicht so ganz helle, oder? Meine Fresse Nein Also dann, Achtung, werde ich los Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Okay, neun Ihr habt's geschafft Hat er auch nicht eh viel, oder? Super Vielen Dank Dank euch konnte ich endlich das Wasser hochziehen Es ist zwar nicht viel, aber nehmt etwas Essig Das Essig Kommt wieder, falls ihr was braucht Ich gehe jetzt speichern Dann mal nochmal eine Pause Und dann muss ich hier jemanden in den Arsch treten Okay Verbal, nicht körperlich Naja Aber es ist eine Heidenarbeit, dieses Essig zu holen Ja, auf jeden Fall Die Begründung dafür ist, dass die Person nicht geschneit hat Dass ich auch nehme Naja Schlägt das nicht einfach alles Du weißt, wir sollten diesen alten Fisch auftischen Hm Ich vermute, die Dinge laufen nicht immer wie geplant, oder? Kann man durch jemand keinen Fisch mehr Er ist gut für dich Jedermann weiß, dass Fisch Essen schlau macht Pizopu Piko ist bestimmt alles Äh, ja Piko und alles essen Ja, interessant Würge meinten wir bestimmt was aus einer Stadt essen Werte, wenn wir etwas aus Mekes haben Punkt, Punkt, Punkt Was möchtest du tun? Speichern So Freifek, speichern auf Platz 2 Wie immer Nimm ich diese Aufnahmen Hey Wollt ihr komplett? Okay, das wäre schon für diesen Teil Ist es so beim nächsten Mal Genau Ich muss jetzt in meiner Hut freien Lauf lassen Ich muss jetzt in meiner Hut freien Lauf lassen Ich muss jetzt in meiner Hut freien Lauf lassen